Das sind Klänge eines einheimischen Musikers, Paul Lindsay. Aber wie der Name schon sagt, ist er kein Tagen Bahn, sondern er ist ihre, ist in Belfast geboren, lebt seit zwei, drei Jahren hier in Bremen, komponiert und textet seine ganzen Lieder selbst. Und worum geht es bei ihm? Natürlich auch bei ihm um das Thema Nummer 1, Making Love to You. Paul Lindsay. 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 Paul Lindsay.